Also wenn der Gegner, wenn der gegnerische Mitte kein Smurf ist, ist es gerade ein First-Time-Anivia im Ranked. Der hat null Punkte auf dem Ding. Aua, das zimmert ganz schön rein, was die da macht. Eieiei. Bin ich irgendwie dagegen, dass ich das weiterhin darf. Oh, da kommt auch eine Nami zu euch hoch. Ich bin in der Passiven. Ich bin noch nicht mal auf Level 6. Sehr schön. Hint mir nicht Level 6. Und der ist immer noch hier. Ich bin noch nicht auf geht. Lol. Ich will wenigstens den Sstor. Ignite OP. Ich drehe mal den Drachen rum, wahr? Muss ja nicht sein, dass wir jeder den Schaden kassiert. wie das war im team egal tatsächlich so muss immer ein bisschen raus ich mag meine ulti ich will eigentlich nicht dass da hier irgendwie kommt ein säck aber ich bin nicht so scharf drauf muss ich den säck nicht pfeifen eigentlich ganz okay hier wie es oh shit nice schön geside stepped schein kommt wieder hoch ne er ist gerade über den über den wort gelaufen ja so waren halt standard anilien ich bin ewig nicht rausgekommen die woche dann ziemlich perfekt das war shit dachte halt wir kommen dann auch raus aber der ist mit und einmal ja nicht genug der mensch dafür aber halt meine andere noch nicht fertig oh gott es ist ihr ließ da drin der nie wäre es dann ist halt ziemlich krass negativ auch daraus also wenn damit kaitlin nur aber das sind vier gegen das ist ja wieder drei aber es sind noch vier gegner müssen aufpassen und hat immer eine aniliener ja ist dann ja wird gerade sagen hau mal das einer so schon mal creepy ist an frage ob ich mit euch zu euch in die mitte gehen soll ich denke die ganze zeit du bist der weltkurs ne bin ich nicht da hätte ich ein skin drauf wir müssen mal dafür verteidigen so ist halt null wort null wort okay okay ihr macht dann einfach mal den herr und guck guck ich glaube denen entgegen in der hoffnung sie sind zu schnell wir kommen nicht hinterher wir können wir den dragon machen nach der aktion ja aber ich habe sie halt davon abgehalten zu sich in die base oder an den tower zu laufen achso aber wir sind halt trotzdem nicht direkt okay dann kriege ich auch mal den dragon weil es meint anscheinend nicht abbauen okay das ist auch ne option und dann wir sind noch nicht da 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 okay ich gehe dann mal wieder es war ein tick zu früh ist da reingelaufen bevor wir in reichweite waren ich dachte ihr seid schneller die schalen sind nicht mehr am turm die dunkle seelen haben das ein problem mit dunkler seelen amt hallo die wand war ekelhaft die wand war gut gesetzt von mir muss man ja mal anerkennen ja deswegen sage ich ja sie war ekelhaft okay die frist hat 3 irgendwie 480 der mensch von meinem ding ist okay bin ich okay wenn er ein wort mit der der rest auf die zeit nein ich hab ihn doch gesehen ich dachte schon okay kaitlin ist tot ihr habt doch gesehen was hat gerade passiert jungs ach man doch wegen dir dies hat schaden wenn ich hier nur hier können wir machen können man da tut mir mal helfen hallo und mich verarschen lassen doch jetzt den lassen die kaiser einfach backporten aber wir haben eigentlich ziemlich viel konstanten damit spenden muss das sind aus der ultra aus der ultra aus hinter unterwegs menschen hier aber das wäre doch ein bisschen viel dauer schaden und so ne oh nö oh nö oh nö oh nö oh tschüss kaitlin obwohl die kaiser in reichweite steht ach man das ist irgendwie nicht so wert gewesen dass vier leute sterben für zwei inhips ne für einen inhips sind wir zwei holy moly ey sag mal so wenn die dort fighten ne na ähm 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 er wird grad die was macht ihr denn da warum feiern überhaupt so gott zu er kämpfen ist tot weil sie ist sie ist sie tot jetzt das habe ich nicht ich kann ja dafür nicht viel bieten ist wieder nicht da ist wieder nicht da das ist ein bisschen problematisch aber damit sind alle nexus weil ich mich die ganze zeit haben ja und ich derweiler die wort wenn er die mitte bisschen reingepuscht habt mit meiner ulti die kaiser gekehlt hat so passiv achtung die kommen es trotzdem zu dir reicht mir also ich werde stumpf auf die kaiser drauf wandern ja mal genau was ich da machen der zeit ja erstmal cool da und ja sagen wir mal wenn deine kohle und dann rum sind jetzt sind gerade meine coolen so rum aber ich habe nur einen mein passiv im steck flash ist auch okay dann nehmen wir einfach den innen auf free dann wird es eh schwierig ich habe keinen barren war für übrigens mehr das ist schade ich denke ich noch hätte wäre super geil ja das sollte durch sein würde ich mal behaupten gg gewonnen guck mal mein adc hat nicht übel rein gefiedet dann geht das ja einfach das wird tatsächlich mal ein bisschen fast wie lehrbuchrunde gespielt einfach ein bisschen rummoven und die sachen kaputt machen auch wenn ich denn jetzt eigentlich haben alle ganz okay gespielt ich nehme es aus meistens mal nicht dich weil ich der meinung bin der welkos hat uns doch in der mitte ganz gut gecarried auch weil er ein bisschen oft gestorben ist ja aber er hat ordentlich poked dann auch gemacht tatsächlich im fight hat er ordentlich gut gepokt gerade auf die hatte ich auch noch die kate gute sachen getroffen die kate war mir ein bisschen selten beim team dabei hatte ich gesagt deswegen wollte ich die jetzt nicht honoren und ol și noch mal und lass uns gleich yeah und Vielen Dank.